So, ähm, wir haben heute mal in ausnahmsweise ein gesponsertes Video. Guilds of Ravnikas Standard Showdown ist mir gegeben worden von meinem Chef, aktuell noch Chef, hoffentlich immer noch Chef, wenn das Video rauskommt, vom Spieleladen von mir, vom Local Game Store. So, ähm, wir haben ein bisschen aufgewandt, haben es gefunden noch und dann habe ich gesagt, oh, die mache ich voll gerne im Video auf und dann hat er gesagt, ja, nimm mit, mach auf. Danke, Ralf von Fischkrieg. So, gucken wir uns den Quatsch hier mal an. Rayla Dawnbringer ist eine Mythic Lyra Dawnbringer. 5 Mana 5, ach du Kacke, 5 Mana 5, 5. Fliegend Erschlag Lifelink. Andere Engel, die ihr kontrolliert habt, Plus 1, Plus 1 und Lifelink. Geile Karte. Das ist eine geile Karte. Experimentant Frenzy. 4 Mana Verzauberung. Ihr könnt die oberste Karte eures Decks angucken. Ihr könnt sie spielen, wenn ihr wollt. Ihr dürft aber keine Karten mehr aus eurer Hand spielen. Und für 4 Mana könnt ihr das Ding zerstören. Ja. Ja. Oh, eine Ebene. Standard-Showdown-Ebene. Hübsch. Und unsere Foil ist ein Skymarch Aspirant. 1 Mana 2, 1 mit Aszendent. Wenn ihr 10 oder mehr Permanente habt, kriegt ihr das City's Blessing für den Rest des Spiels. Und solange ihr City's Blessing habt, hat diese Karte fliegend. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt teurer war. Ich weiß nicht, wie viel die Lyra geht. Aber an für sich, viel Weiß drin ist viel gut. Zumindest aus meiner Sicht. Wir sehen uns. Bis dahin. Ablexet. Ciao, ciao.